So, Aloha und herzlich willkommen zu diesem Video über die Funktionsweise des Hochofens. Es geht jetzt erstmal um das, was eigentlich jeder verstehen müsste, wenn ich es erkläre. Und danach geht es um das eher komplizierte mit den ganzen chemischen Zeichen, weshalb ihr euch dieses Video wahrscheinlich überhaupt anguckt. So, ich beginne mal, das Ganze nochmal zu sagen, was jetzt hier alles geschieht. Durch Erhitzen eines Gemisches aus Eisenoxid und Kohlepulver lässt sich Eisen erzeugen. Der Hochofen wird mit erhitzter Luft von unten versorgt. Ich hole mal kurz das Blatt, da ist der Hochofen. Da kommt die erhitzte Luft rein. Und diese Heißluft, auch Heißwind genannt, kommt aus einem Winderhitzer. Die unterste Schicht Koks reagiert dann mit dem Sauerstoff, der etwa 880 Grad Celsius heißen Luft zu Kohlenstoffdioxid. Bei dieser Reaktion wird sehr viel Wärme freigegeben, Wärmeenergie freigegeben. Daher steigt die Temperatur bis auf das Doppelte ca. 16.000, ja 16.000, nein, 1600, entschuldigt, 1600 Grad Celsius. Eine Null zu viel in meinem Kopf. Es gibt Bereiche, da beträgt die Temperatur nun aber auch bis zu 2000 Grad Celsius. Das Kohlenstoffdioxid reagiert nun mit der darüber liegenden Kokslicht zu Kohlenstoffmonoxid. Dieses Monoxid reduziert Eisenerz zu Eisen. Wie ihr seht, handelt es sich hierbei um eine Redoxreaktion. Diese beiden Hauptgleichungen, die möchte ich euch erstmal hier vereinfacht darstellen, bevor ich dann gleich ans Eingemachte gehe. Eisenoxid und Kohlenstoffmonoxid werden zu Eisen- und Kohlenstoffdioxid. Hier wird der größte Teil der Eisenerze schrittweise durch Kohlenstoffmonoxid reduziert. Kohlenstoffdioxid plus Kohlenstoff werden dann zu Kohlenstoffmonoxid. Das Kohlenstoffdioxid reagiert nämlich mit der nächsten Kokslicht wieder zu Kohlenstoffmonoxid. Also ihr müsst euch vorstellen, dieses Kohlenstoffmonoxid wird ja dann zu Kohlenstoffdioxid und dann wird das Kohlenstoffdioxid wieder zu Kohlenstoffmonoxid und so kann das sinnvoll im Kreis laufen, so theoretisch. So, dann versuchen wir das Ganze mal ein bisschen chemischer. Falls ihr das Video vor diesem Video noch nicht gesehen habt, werde ich jetzt nochmal ganz kurz etwas zusammenfassen. Eisen kann aus dem Eisenerz, dem Eisenoxid, nämlich nicht einfach herausgeschmolzen werden. Wenn Eisenerze zu Eisen verarbeitet werden, müssen diese Erze zu Eisen reduziert werden. Die Luft, welche das Koks verbrennt, wird bis zu 800 Grad Celsius vorgewärmt und unter hohem Druck in den Hochofen hereingeblasen. Das Koks der untersten Schicht verbrennt unter Wärmeabgabe zu Kohlenstoffdioxid. Verbrennungen sind immer Oxidation. Also oxidiert es logischerweise. Da seht ihr schon mal Oxidation, da müsste es bei euch klingeln. Sind Oxidation Endotherm oder Exotherm? Exotherm. Also, ich schreibe das mal auf. Das C, das Koks, plus O2, Sauerstoff, Verbrennung, wird zu CO2, das ist das Kohlenstoffdioxid. Die frei werdende Wärme bei dieser Exothermenreaktion heizt den Hochofen weiterhin auf. Das CO2 steigt auf und erhitzt die darüber liegenden Kohleschichten. Dabei wird es zu Kohlenstoffmonoxid, CO, reduziert. Das schreibe ich euch auch nochmal auf. Das C, also das ist jetzt das Koks in der Schicht darüber, plus CO2. Das kam aus der vorherigen Reaktion, das kommt von unten und ist ziemlich warm. Und das wird dann wieder zu CO2. Denn wir haben durch dieses O2 haben wir zwei O und durch C plus C haben wir zwei C. Also haben wir C und O und C und O, das sind zwei CO. In der Reduktionszone, da ist es so circa 900 Grad Celsius warm, reduziert das eben entstandene Kohlenstoffmonoxid, 2CO, das Eisenoxid dann endlich zu Eisen. Das wollen wir eigentlich. Wir haben hier also das Eisenoxid, Fe2O3. Und das wird dann plus 3CO. Diese Zahl davor ist ja egal, wir rechnen eh in Tonnen und Abermillionen, weiß ich nicht wie viel. 11.000 Tonnen am Tag kann das ja sein. Genau, dieses Fe2O3 ist das Eisenerz, das Eisenoxid. Das wird dann mit diesem 3CO, wird das dann zu 2Fe, da ist dieses, diese Fe sind weg, plus 3CO2. Ich hoffe, ihr versteht das jetzt, wie ich das hier angemalt habe. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Bilanz davon ist jetzt aus einer Tonne Eisenoxid, Fe2O3 und dreimal so viel Kohlenstoffmonoxid, werden 2 Tonnen Eisen und 3 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Ich hoffe, ihr habt dieses ganze Gleichungs-Dingsbums verstanden. Und ich hoffe, es hat euch auch geholfen, dass ich am Anfang eigentlich, am Anfang habe ich ja erstmal alles erklärt, wie es jetzt abläuft, wie der Hochofen funktioniert. Danach habe ich nochmal das Prinzip gesagt, was wo lang fliegt und was wann zu Eisen wird. Und danach habe ich das Ganze, was ich am Anfang gesagt habe, nochmal chemisch erklärt. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden. Im nächsten Video geht es um ein paar Fragen und Antworten. Falls ihr euch auf eine Klausur vorbereitet, ist das ideal für euch. Oder Arbeit. Mittelstufe ist ja Arbeit, wenn ihr eine Arbeit schreibt. So, bis hierhin erstmal. Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.